Hey Leute, ich wollte euch mal zeigen, wie ihr so ein Kofferschloss noch aufkriegen könnt, wenn ihr euch irgendwie mal diese Schlösser mal genau anguckt. Die Kombination kann man ja vergessen. Dann nehmt ihr einfach ein Stückchen Draht und popelt dann in diesem Loch da drin rum. Dann denkt, rechts rum müsst ihr drehen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr eine Weile drin rummacht, dann wird ihr das Ding automatisch aufmachen. Ich zeige euch gleich nochmal wie. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.